Also wenn ihr Sven liegst, seht, lauft vorbei und lacht ihn aus. Oder hier, hätte ich ihn so. Die Bank, du weißt du. Jo Leute, willkommen bei Planet H2. Hier ist der Markus. Oder wenn er sich nicht versteht, der Lappen. Ich bin der Sven. Sven der Lappen ist heute schon vorgefahren, weil er nicht mit uns spielen will. Nein, weil ich Truppführer bin und meinen Trupp anführe. Komm mal, ich hole uns ein Havasa wieder wie letztes Mal. Nein, fahr bloß nicht mit Futur Harasa. Doch. Komm mal, ich kann das. Ich hab geübt. Das ist tödlich. Ich hab geübt in der letzten Zeit. Die letzte Woche am Wochenende und Montag, Dienstag hab ich geübt. Am Sterben, oder? Nee. Oh, ich hab mal wieder einen alten Kumpel von mir eingeladen, hier Nummer 8. Schönen Grüße raus. Du wirst unsere Videos nicht anschauen, weil du nicht Deutsch sprichst, aber heyho. Oh, weißt du, dass das dann ein Kumpel von dir ist? In deiner Zeit mit dem hab ich schon viel zusammengezockt, auch über TeamSpeak. Uh, war lag. Oh, ja. Lag, mich, fett. Ich hab nur aufgepasst, dass er keine Minen auf. Ich hab nur unseren eigenen überfahren. Bobs Monkey. Ich sag doch nicht, mit Futur fahren. Der Töte ist es. Ich glaube, wenn ich so ein Haus rein schieße, mir einfach jemanden Raketenerfahr ins Gesicht. Markus, schieß. Ja, ja, ich hab gerade wahnsinnig geschaut. Machst du überhaupt was da oben, oder bist du einfach nur da, dass der Platz besetzt ist? Er ist Deko. Der Platz besetzt. Der Deko, genau. Ich würde mal die Sicht ändern, so kann ich besser sehen, wo ich hinfahre. Ja, auf T. Ja, ich weiß. Obolen. Was da war? Ich hab den nicht mit. Pff, die kommen doch nicht mit. Wir nehmen niemand mit, ganz einfach. Ja, mit dir will auch keine Mitfahrt, Futur, eigentlich. Eigentlich. Oh yeah! Ich wurde von den Verbündeten getötet. Ich muss ja. Ja, ich liebe ihn. Ja, und ich bin Platz 9, das müsst ihr euch sehen. Das Bild füge ich nachher ein, dass ich Platz 9 bin und neunmal... Deine besten Verbündeten-Kills. Futur hat's echt drauf. Oh, das war nix. Oh man. Ich wollte eigentlich doch hochspringen. Ja gut, ich werde aussteigen, der kommt nicht mehr. Alter, ich hab fast gefogen jetzt. Aber ich hab irgendjemand getötet. Hab schon wieder ne Verwarnung gekriegt, dass den eigenen getötet hat. Ja, mich hast du gedamaged mit deinem Harasser. Also, du sollst halt aufpassen, wo mein Harry hinfällt. Fällt. Also, irgendwie ist das ne Scheißschlacht. Warum? Ich find so gut. Weil er immer stirbt. Oh, nein! Aber ich hab's immer nicht erlebt, manchmal. Ja, Sven, wenn Sven verlieren kann... Sven kann halt nicht verlieren, das ist das Problem. Ja, dich wär halt keiner wiederbleiben, eigentlich. Hm, wer will Sven? Also, wenn ihr Sven liegen seht, lauft vorbei und lacht ihn aus. Oder Headbang, so. T-Bag, meinst du? T-Bag, T-Bag. Also, legt noch C4 drauf, dass es ihr wenn dann beim B-B-Libs gleich hochjagen oder so was. Ja, jetzt müssen wir auch hauen, so Platz 9, was? Natürlich. Watt mal, ich... Wie viel hat mal der Platz 8 Vorsprung 5 auf mich? Weiß ich nicht, muss ich gucken. Oh, fuck, da, guck, guck. Scheiß Anti-Infanterien-Milk. Bis kein Level 9, 14, 10, 0 mehr. Das ist gar nichts mehr. Ja, ich will hoch, ich weiß, ich will um 1, 12. Kann der gegnerische Max in die Luft geboomt, aber leider braucht jemand mitgenommen. Naja, das wird er schon überleben. Du hast ihn getötet, ja, das wird er schon überleben, jawohl. Hä, hab ich nicht. Schwerer gehabt, oder? Ja, nee, ich hab ein C4 geworfen auf eine Max und war es mit reingerannt. Das heißt, ich hab die gegnerische Max und Borgame in die Luft gejagt. Oh, Max ist wieder da. Aber der hat schon, der hat es schon verdient irgendwie. Wenn er einfach so in meinen C4 hüpft, wenn ich grad mit Max in die Luft herange will. Und was macht der jemals mit einer Granate? Ihr Affen. Die verbündete, die werfen immer Granaten in die Verbündeten rein. Hast du das noch nicht gelernt? Das ist mein Fahrzeug-Terminal. Scheiße. Du hast ein eigenes Fahrzeug-Terminal? Wir verlieren über den A-Punkt. Ja, ich bin beim Schild-Generator, das ist wichtig. Der ist Kriegsentscheidender. Wir empfehlen den A-Punkt nicht. Ja, der ist grad geflippt gewesen. Angeflippt vielleicht. Ja, wenig Sekunden. Wir sind... Wir sind Kars. Wir sind die besten Defens. Ja, alles klar. Du weißt, dass wir dann angreifen. Ja, Defend auf dem A-Punkt. Wir angreifen. Beste Angriff ist die Verteidigung. Äh, ne, umgekehrt. Beste Verteidigung ist der Angriff. Ach so, scheiße. Angriff ist die beste Verteidigung, heißt der Spruch. Das wissen wir. Ah ja, jetzt haben wir's doch. Dauert einfach immer ein bisschen. Oh ja, das war ein Heavy. Ich will auch noch ein paar Kills machen. Jetzt schießen wir Verbündeten hin. Wollt her. Ja, ist doch gut so. Einen will ich machen. Einen hab ich. Oder auch nicht. Scheiße. Da haben wir noch einen Medic weggeholt. Es war sogar ein Nemesis-Kill. Nemesis? Nemesis heißt... Oh Mann. Vielleicht heißt das auch Nemesis-Kill. Oh Mann, ist nicht lustig. Da habe ich eine IMG-Nate ab und danach direkt eine Schlittergranate. Und sie war mal nicht von den Verbündeten. Dann wird mich mal wieder jemand wieder belieben. Ne, mich auch nicht. Ich glaube, du liegst neben mir. Kann das sein? Ja, kann sein. Gut. Irgendjemand tanzt auf meinem Kopf rum. Das ist Nummer 5. Arschloch. Oh, ich bin tot. Er steht neben mir. Anstatt mich wieder zu beleben, läuft er neben mir hin und her und hin und her. Geil, da war noch ein Scheiß-Kill. Er hat mich viel killt. Mein Medic hat sich weggeholt, aber er wiederbeleben würde mich trotzdem nicht. Wer ist das? Gieß es eigentlich von uns? Was? Wer ist das? Bo, bo. Bo, Gemma, ja. Bo, bo. Keine Ahnung. Wer war das, du? Oh, ich kann das... Pora, Jams, oder was? Pora, ich hab' einen Sandy gefunden. Wer hier mit von? Du hast einen Sandy gefunden, ich bin stolz auf dich. Aber warum kann Sonny, weil wir gehen jetzt in einen Biolab? Juhu, ich hab' Sonny für Biolab. Ich hab' Sonny für Biolab. Du brauchst auch Sonny für Biolabs. Nein, du hast einen Jumppad und Teleporter. Ja, Teleporter kannst du hinstellen, dann geht's schneller. Also wenn du... Er hat einen Scheiß, Terana, unser Jumppad mit C4-Ni-Lof-Ger. Und genau an dem, wo ich gehüpft bin. Pfff, Scheiße. Ich hab' wieder Scheiße gefahrt. Nein, der eine hat gesagt, stopp, nehme ich auch mit, ich war rückwärts und überfahre ihn. Sorry, Dude. Geil. Wach. Warum sind die überall... Alter, ich wurde grad von einer Claymore von einer Max getötet. Seven have'n Claymore Max? Ich weiß das nicht. Ja, vielleicht hat er eine... Ja, und, ist mir egal. Ich hab' noch sogar Claymore gelegt, Max genommen und dann bumm. Nein, nein, ich ging die Regeln. Achso. Ja, wie sind die jetzt da rübergekommen? Er kann doch nicht... Ja, Jumppad. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Spawner dann rechts. Da ist so halb Wochengebirge drauf. Ah, äh... Ich seh die Atene da. Irgendwie bin ich nicht behindert, kann das sein? Ja, ja, du? Schon. Da auch grad bin ich nicht. Ah, da unten ist es. So, schön eingepoppt. Ach nö, hab ihr den Fallback? Ah gut, ich bin ja leichte. Ich bin grad aus meinem Ding ausgestiegen und dann erstmal vom Biolab runtergefallen. Ja, geil, ne? Fünf sagen die aussteigen und dann vom Biolab runterfallen. Ah ja, geil. Biolab ist schön, oder? Ja, Brudal, das ist total verteidigt. Ja, Brudal. Ja, bleib halt liegen, Mann. Oh, ey. Das sind inkpetenten Leute. Manchmal. Ich weiß nicht, was ist denn heute los? Wollen die heute nicht kämpfen, oder? Irgendwie nicht. Ich muss das Bonn-Beacon hierhin stellen. Ja, genau hier. Jo. Jetzt laser ich einfach mit einem Strahl hier so ein bisschen rum. Oh, mach das so. Oh, Mann. Ja, jetzt nicht mehr. Schau mal, ich mach Kamikaze von oben. Ich hab's reingeschafft, Alter. Jetzt bin ich tot. Wenn du auf die andere Seite gehst, kannst du durchlaufen bis auf den Rücken von den Einten. Ey, die Max braucht mal hier Heal, Alter, aber keiner macht das. Ja, ich muss leichter spielen mit Shotgun, das ist eine Mission von mir. Ah, ja, gibt's Missionen, jetzt schon was? Ja. Schon länger? Next down. Also, die Zertifizierungsdinger da. Ja, diese blauen, äh, diese anderen blauen halt wieder. Ja, sag ich, da wirst du dir freispielen, dass es nicht mehr so aussieht, als wärst du ein Obernoob. Ich hab schon ziemlich viele Missionen abgeschlossen, muss ich sagen. Ich bin überall so auf den letzten zwei Stufen eigentlich, so bei den Sachen, die ich einigermaßen regelmäßig mache. Ja, nur weil du's halt nicht kannst, selber Level wie ich, aber trotzdem in der Mission nicht weiter wie ich. Nö, weil ich's ja nicht spiele, ich bin meine Standardeinheiten. Ja, weil du nicht flexibel genug bist. er hat also wer unflexibel ist das ist Markus ich kann meinen Namen nicht ändern ich bin dafür er hat er kann sein Name ändern wenn er will alter Scheiß doch die Wand an ja aber trotzdem er wird erst im Knast gesteckt damit das ändert und dann macht es erst jetzt verstehen alle Bärzlöp ich hätte auch nicht machen können bis zum nächsten Mal